Du hast nicht 10, 11, 12? Nee. Soll ich da einfach nach unten gehen? Ja. Falsch. Das heißt, jetzt müssen wir uns das noch selbst überlegen? Ich weiß es nicht. Warte, ich glaube, ich google erstmal, ne? Weil das kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Mhm. Weil, du kannst ja jetzt auch nochmal gucken, wenn wir jetzt gerade keine Bombe machen. Aber, da gibts an sich ja keine... Das ist echt Müll. Ja. 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 Was meint er eigentlich mit Wires? A currency accumulativ over all panels with the module Muss da vielleicht noch irgendwas rechnen? Ah, ich glaube, ich weiß, wie das ist Der First Red Das heißt, egal wann der kommt Nein, nein, ich hab das eben so gemacht Egal wann der erste Ja, aber dann wird das keinen Sinn ergeben, dass es mit 9 durchgeht Ja, was ist, wenn ich Dann bräuchst du ja nur 1, 2, 3, deswegen Verstehst du? Ja, aber es kann doch einfach, dass es länger geht Es ging doch bis 12 Das heißt, da könnten 9 rote bei sein Theoretisch Das heißt, es kommen nie Ich hab das vorhin so gemacht Mach das nochmal so Heißt, der erste rote, der kommt Nimmst du immer nur Wird der geschnitten, wenn der erste rote bei C ist Meinst du? Ja Ich hab das vorhin so gemacht Da hat das nicht funktioniert Das ist die einzige Sache, die ich mir noch vorstellen könnte Only cut Wenn Also das heißt, du gehst einfach von oben nach unten immer durch Das heißt, du hast meistens Aber dann würde ich ja nur 1, 2, 3 immer benutzen Meistens, ja Genau Aber das Anders kann ich mir das nicht vorstellen Sonst wäre das echt Müll Wir machen es einfach so mal, ja? Nochmal Und gucken Wenn wir direkt verkacken, wissen wir Es ist, äh Einfach nur scheiße Okay Alles klappt Vielleicht Hab ich auch das falsche Modul genommen So Nehmen wir das hier Zwei rote Und beide nicht nach C connected Ja Heißt nichts Ja Das wäre falsch, okay Funktioniert nicht Ist das zweite mit B verbunden? Nein Zwei mit A Drei mit B Was? Zwei mit A Drei mit B Das zweite ist rot? Beide rot Das zweite ist rot und mit B verbunden Nein, mit A Ja Du hast sonst keine anderen Farben Ich hab nur rote Kabel Also die erste Position ist rot? Nein, die erste gibt's nicht Okay Die zweite Position ist? Rot Zwei nach A Okay Die dritte Position ist? Ist drei rot nach B Ja Ja Genau Und du meinst Du sollst nur nach C Und dann das dritte Kabel Das dritte ist mit B verbunden Das hatten wir halt nicht schon durchgeschnitten, ne? Nein Warte Ich guck jetzt selber mal auf die Liste Ich Ich hätte jetzt Das zweite Kabel durchgeschnitten Das B Und dann nach unten So Ich mach das jetzt einfach mal nach Die Vierer Ist durchgeschnitten Das ist das erste blaue Kabel Das ist nicht mit B verbunden Nach unten Das ist jetzt das Vierte Kabel Und das mit A verbunden Also kommt das weg Jetzt ist das siebte schwarz Das ist das erste Kabel Durchschneiden So funktioniert Ja, es funktioniert Zehn blau ist das zweite blaue Durchschneiden Elf ist das dritte Kabel Das ist mit B verbunden Durchschneiden Das zweite schwarze Kabel Aus der elften Position Ist mit A verbunden durchschneiden Geschafft Ich hatte recht Ja, aber warum gehen die Zahlen Denn so weit runter? Würde doch gar keinen Sinn ergeben Warum? Wie meinst du das? Wenn die bis zu 9 runtergehen Du hast doch gar nicht alle gebraucht bis 9 Ja, und? Aber vielleicht hab ich ja Bei dem nächsten mehr rote Du kannst doch nicht mehr als 3 haben Nein, natürlich kann ich mehr rote haben Ich kann bis zu Ich kann bis zu 12 roten theoretisch haben Also du meinst, wenn das erste Mal ein rotes kommt Genau Das erste Mal, wenn ein rotes kommt Muss das erste erfüllt sein Und wenn das zweite rote kommt Ist das die Regel da drunter genommen Ja, das ist ja total Das heißt, du musst die roten im Kopf alle zählen Das ist ja noch merkwürdiger Das heißt, du musst dir merken, wie viele rote Kabel da sind Und wie viele blaue gekommen sind Und wie viele schwarze Kabel da sind Dann, ja, dann So, ich hab abgebrochen, weil ich gecheatet hatte Ja So Also Läuft Du musst dir also alle 3 merken Das wievielte rote Kabel das jetzt ist Mhm Und dann nach der Immer von oben nach unten bei den Tabellen gehen Fangen wir direkt mit denen an So Das erste Schwarz ist ein mit B Ja, durchnommen Äh, das 2 Auf der Dann kommt das erste rote Mit was? Mit A Nix machen Äh, zweite Schwarze mit C Ich versuch das mitzuzählen Äh, zweite Schwarze mit C Durchnommen Okay Äh, dritte Schwarze mit A Äh, dritte Nix machen Dann müsste jetzt das Warte, ich kann nachgucken Du hast Äh, jetzt kommt das zweite rote mit B Ja, durchnommen Äh, das dritte rote mit B Nix machen Das vierte rote mit A Vierte rote mit A Mit A Mit A, dann würdest du es durchschneiden Und jetzt das fünfte rote mit A Nix machen Oh, ich hab Du hast nämlich 1 zu viel gezählt Wenn es mit A ist, dann ist das durch Ja, äh Du hast 1 zu viel roten gezählt Weil ich hab ne Strichliste 1, 2, 3 Äh, vierte Schwarze Mit B Wir hatten schon vier Schwarze? Das ist jetzt das vierte Schwarze Mit was? Mit B Mit B nix machen Und das letzte ist nichts drin Also kann ich nix machen Fertig So Jetzt fängt es wieder von neu an Würde ich sagen Äh Erste Schwarze mit C Durch machen Zweite Schwarze mit C Durch machen Läuft Erste blaue Mit? A Nix machen Shit, ich hab aus Versehen durchgedrückt Das hat aber eh verkackt Oh shit Ah, das ist so kacke Das ist so kacke mitzuzählen Machen wir eine Strichliste, glaub ich Ja, ich hab ja auch eine Strichliste Okay, dann sag ich dir einfach nur die Farben Ja Du musst einfach immer nur einfach Einfach durchsagen, oder? Ja, ich sag einfach nur die Farben Und du musst dir die Strichliste machen Ja Cool Dann ist es einfacher So, fangen wir an Blau Mit A Äh, blau mit A nix machen Äh Blau mit C Durch schneiden Äh, äh, schwarz mit C Durch schneiden Äh, rot mit A Rot mit A nix machen Haha Schwarz mit B Schwarz Mit B Nix machen Rot mit A Rot mit A nix machen Blau mit A Blau mit A Nix machen Blau mit A Durch schneiden Schwarz mit C Schwarz Mit C Nix machen Geschafft So, neue Runde So, neue Runde Blau mit B Blau mit B Blau mit B Durch schneiden Äh, schwarz mit A Durch schneiden Äh, blau mit B Nix machen Äh, blau mit B Jetzt kann ich nicht sehen Äh, blau mit C Blau mit C nix machen Blau mit A Durch schneiden Schwarz mit A Durch schneiden Rot mit A Rot mit A Äh, nix machen Äh, rot mit C Nix machen Äh, rot mit C Schwarz mit A Schwarz mit A Nix machen Okay, dann Leichtes Rätsel Sechs Sechs Drähte Kein blaues Sechs Drähte Okay, das heißt du Du hast ein gelbes? Ja Du hast mehrere äh Weiße? Nein Du hast ein rotes? Ja, mehrere Drei Viertes Kabel Welches? Viertes Okay, geschafft Noch ein einfaches Vier Kabel Äh, kein gelbes Hast du mehrere rote? Nein Äh, hast du ein blaues? Ja Eins Ja Dann das erste Kabel Okay, jetzt kommen nur noch die Sternchen Äh, die Leuchtkabel Ja Äh, rotes Kabel nur mit Leuchtung Wo ist die Seite? Rotes Kabel Nur Leuchte Nur Leuchte Das ist das C Durchschnallen Nein Wat? Rot? Achso, ah, mit Lampe, nicht mit Sternchen, ne? Ja Äh, blau-weiß mit Stern Blau Weiß mit Stern Keine Lampe Äh, nicht schneiden Blau Durchgehend Mit Lampe Kein Stern Mit Lampe Mit Lampe Kein Stern Äh, dann guck mal, was für Computeranschluss dran ist Äh, sind ganz viele kleine, diese blau-weißen für Stereo-Mono Mhm Äh, und das andere dürften alte Monitoranschlüsse sein, ganz kleine mit Pinnen, keine Vertiefungen Die haben Pinne für sich, von sich selber Muss ich kurz gucken Also kein DVI? Kein DVI Kein DVI Äh, keine MAU Äh, also, aber so ganz langes mit ganz vielen Nein Sind ganz kurze mit silbernen Dingern Ja Okay, dann... Nichts machen Okay Weiß-Rot mit Lampe und Stern Weiß-Rot mit Lampe und Stern Äh, wie viele Batterien hast du? Äh, nicht eine Dann auch nicht anfassen Äh, dann muss ich den Weißen schneiden Den Letzten So mehr hab ich sonst nicht Ja, den Weißen musst du schneiden Okay Letzte 44 Sekunden Äh Weiß mit Stern Schneiden Weiß mit Stern Ist die Seriennummer gerade? Äh, ich hab den eben auch geschnitten Also schneide ich den wieder Ja Äh, rot ohne Lampe ohne Stern Äh, ist die Seriennummer gerade Äh, wo ist denn die? Äh, ja Ist die Schneiden nicht? Krass Weiß mit Stern Ja Nein, einfach nichts Weil ich, ich schneide einfach Ich, nur Weiß Du Weiß Ich musste irgendwas schneiden Also hast du das nicht getan? Nein, wir hätten, wir sind aus Äh, äh, äh Äh, hatten keine Zeit mehr Deswegen hab ich irgendwas geschnitten einfach Achso Okay Okay Deswegen hatten wir noch zwei Sekunden über Und wir hätten noch vier Wires schneiden müssen Deswegen hab ich einfach irgendwas geklickt Ja Egal, jetzt wissen wir, wie es geht Ja So, wir fangen mit den einfachen jetzt an einfach Ja Äh, sechs Wire, kein Weißes Hast du ein Gelbes? Ja, eins Du hast keine Weißen Äh, hast du ein Rotes? Eins Okay, äh, viertes Kabel Okay, nochmal das gleiche, vier Kabel Kein Schwarzes, kein Weißes Ist das letzte Gelb? Ja Äh, erstes Kabel Das war falsch Aber du hast ein Rotes, ne? Ja Hast du ein Blaues? Zwei Okay, äh, dann Hast du mehrere Gelbe? Nein Dann das Zweite Okay Äh, Kabel zählen nenne ich's Äh, äh, schwarz B Schwarz B schneiden Äh, Rot A Nicht schneiden Oh, jetzt seh ich nichts Äh, Blau B Blau B schneiden Blau B Nicht schneiden Äh, blau C Nicht schneiden Schwarz B Schwarz B nicht schneiden Äh, blau B Blau B nicht schneiden Äh, blau C B Blau C Nicht schneiden Rot A Rot A nicht schneiden Äh, blau A Blau A ist das Äh, nicht schneiden Okay, fertig Äh, neue Runde Rot A Rot A nicht schneiden Äh, blau A Nicht schneiden Äh, schwarz C Die None Äh, u------